Die Anlage haben die große, dann kann sie in jedem Moment einen Atem verbrennen. Ja, aber die Anlage hat sich aufgehoben. Die Anlage hat sich aufgehoben, dann kann sie aufgehoben werden, dann kann sie aufgehoben werden, dann kann sie aufgehoben werden. Die Anlage hat sich aufgehoben, dann kann sie aufgehoben werden. Die Anlage hat sich aufgehoben, dann kann sie aufgehoben werden, dann kann sie aufgehoben werden. Die Anlage hat sich aufgehoben. 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 Ja, da ist ein guter Loku, das ist ein guter Loku. Ach, das sieht man ja nicht. Ist ja auch schön in Loku, oder? So, wie ähnlich das Kultus ist. Ja, genau. Und... Da stimmt so was. So. So. Valdscha. Das ist jetzt wieder, das ist jetzt noch nicht so gut. So, das ist ein Römer-Arz, das ist ein Römer-Arz. Ich habe das gerne. So, guten Tag. Sie werden sechs, bitte. Danke schön. Einmal. Jawohl. Denkohlen um. Rechts vorne sieht sie jetzt, auf der rechten Seite sieht sie den Wasserturm. Wir haben Grundwasser, das wird darauf befördert in einer Zisterne. Kommt man darunter in die Wasserkräne. Diese Loppokutive braucht ca. 1 zu 10 Meter Wasser. Das sind große Öffnungen und auch diese Wasserkräne. Daher ist ein Umstand befüllt. Darunter gibt es die sogenannte Schlagentrumpe. Die Schwerentrumpe. Die Reisbrücke. Die 10 zu 80 werden schweren Gitter zu trocken. Wir fördern Schwerentrumpe über den Laufberg. Das ist die Waffe. Die Schwerentrumpe und Böcker. Die Schwerentrumpe. Die Schwerentrumpe. Bra�. So, Endstädter, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit auf der Spritbahn und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. So, Endstädter, ich danke für Sie. 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 Ich danke für Sie. So, Endstädter.